Nach dem Studium in Jena war ich für acht Jahre in Beirut und in München in der strategischen Personalarbeit und im operativen Personalmanagement. Ich war sechs Jahre in Baden-Württemberg und habe bei den Stadtwerken Tübingen gearbeitet, im Netzbetrieb Gas, Wasser, Wärme. Nach meinem Studium wollte ich nicht direkt ins Berufsleben starten, sondern habe mir eine einjährige Auszeit genommen und bin um die Welt gereist. Das war zunächst der attraktive Job, die Möglichkeit, meinen Kindern die Nähe zu den Großeltern zu ermöglichen und die Stadt Jena, die ich im Studium schon kennenlernen konnte. Ich bin nach Thüringen zurückgekommen, weil es ein interessantes Jobangebot gab und natürlich auch für die Familie und die Freunde, die wir in Baden-Württemberg vermisst haben. Mir hat es im Ausland immer sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz weiß ich dieses Gefühl von Heimat, Familie und Freunden in Thüringen sehr zu schätzen. Meine Pläne sind aufgegangen. Mein Job macht mir Spaß. Wir fühlen uns hier wohl und Jena ist eine attraktive Stadt. In Jena und besonders in Thüringen gefällt mir absolut die Lebensqualität und vor allen Dingen als Familienvater die Kinderbetreuung, die hier natürlich auf einem sehr guten Niveau ist. In Jena gefällt mir besonders dieses Kleinstadtfeeling, aber gleichzeitig auch die Annehmlichkeiten, die eine Großstadt zu bieten hat und das super vielfältige Sportangebot. Das war's. Bis zum nächsten Mal.